Hallo und herzlich willkommen bei Heim & Haus. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten vom SITO 1 IO-Pure die Batterie wechseln können. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein Kreuzschraubendreher. Los geht's! Auf der Rückseite, im unteren Bereich, finden Sie die Kreuzschraube, die gelöst werden muss. Entfernen Sie die Abdeckkappe durch Drücken. Nun entfernen Sie die Batterie und tauschen diese gegen eine neue Batterie des Typs 2430 aus. Schieben Sie die Abdeckkappe wieder drauf und verschrauben diese. Die LED Ihres Handsenders leuchtet wieder und dieser sollte nun wieder funktionieren. Und so einfach können Sie die Batterie von Ihrem Handsender wechseln. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis dahin und Tschüss! Heuteadiere Ereignisse In Bedeckkappe In Bedeckkappe In Bedeckkappe In Bedeckkappe In Bedeckkappe In Cse Bei